Wie du deine Werkzeuge unter visueller Kontrolle drehen kannst, darum soll es heute mal gehen. Herzlich willkommen in diesem Video und schön, dass du mit eingeschalten hast. Bevor wir starten, aktiviere doch gerne die Glocke, dann verpasst du zukünftig keine Videos und vor allem auch nicht solche Quick-Tipps wie diese jetzt hier. Und lass mir gerne einen Daumen da, wenn dir das gefallen hat und abonniere doch den Kanal. Und vor allem würde mich interessieren, das jetzt ist ein kleiner Quick-Tipp, der auch eigentlich, soweit ich weiß, nirgendwo bei Adobe dokumentiert ist. Schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, was für Kniffe kennst du noch, die wir auf jeden Fall kennen sollten und die unseren Workflow beschleunigen und die unser Arbeiten vereinfachen. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr interessieren und es würde anderen natürlich auch weiterhelfen. Also, in diesem Quick-Tipp geht es darum, wie du deine Spitze, deine Pinselspitze, deinen Kopierstempel etc. pp. drehen kannst und das Ganze unter Sichtkontrolle. Das ganze Thema hatten wir am letzten Donnerstag in einem Live-Call bei mir in der Akademie und eigentlich war die Antwort sehr ernüchternd. Die Frage wurde nämlich gestellt, kann ich das drehen, dass ich das auch sehe? Und die Antwort war nein. Ich wusste es nicht, tatsächlich. Bis eine Teilnehmerin in der Akademie darauf hingewiesen hat, doch, das geht. Drück mal die Pfeiltasten. Und das ist der Knackpunkt. Die Pfeiltasten, die sogenannten Cursor-Tasten, links und rechts, sorgen dafür, dass wir unsere Pinselspitze drehen können und diese Rotation entsprechend auch visuell mit begutachten können. Und ich will dir direkt einmal zeigen, was ich meine. Pass mal auf, ich habe mir jetzt einfach mal ein x-beliebiges Bild aufgemacht und ich nehme mir jetzt mal den Pinsel und jetzt habe ich hier eine Pinselspitze. So, bei dieser Pinselspitze macht das wenig Sinn. Seien wir ganz ehrlich, ne? Weil wenn ich die drehe, die bleibt rund. Wenn ich jetzt aber beispielsweise mit einer Pinselspitze arbeite, die... Ja, ich nehme jetzt hier einfach mal irgendwas im H-Bereich. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Das zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier mal eine neue Ebene anlege und ich setze jetzt hier einmal den Punkt, dann habe ich eigentlich eine schöne Vorlage für Haare. Kleine Haare, feine Haare und kann damit in Punkte freistellen oder Retusche wunderbar arbeiten. Wenn ich das jetzt drehen wollen würde, dann kennen wir ja, ich gehe hier rein und ich drehe diesen Punkt hier oben. Und dann drehe ich meine Pinselspitze immer und immer weiter. Aber ich sehe erst die Rotation, wenn ich halt dieses Feld hier oben wieder verlasse. Die einfache Lösung ist hier tatsächlich, einfach die Pfeiltasten zu drücken. Links und rechts. Pass mal auf, was passiert. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, dann drehe ich meine Pinselspitze und ich sehe es direkt. Das heißt, ich kann direkt in den H-Bereich reingehen und kann das Ganze nach links drehen, soweit ich das letzten Endes brauche und könnte das jetzt, ich mache das mal sehr plump, hier mit einbinden. Die Pfeiltasten links und rechts sind der Knackpunkt. Und du kannst das Ganze auch noch kombinieren mit der Shift-Taste, das heißt mit der Großschreibtaste. Wenn du die nämlich gedrückt hältst und jetzt die Pfeiltasten drückst, dann springst du in größeren Schritten. Also beobachte mal hier oben diese Zahl, jetzt sind wir bei minus 8. Ohne gedrückte Shift-Taste gehe ich immer ein Grad weiter. Weiter oder zurück. Wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, dann gehe ich nicht ein Grad, sondern ich gehe 15 Grad, 30, also immer 15 Grad weiter. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, im Workflow sehr effizient mit den Werkzeugen zu arbeiten. Das gleiche funktioniert im Übrigen auch mit dem Kopierstempel, denn auch hier habe ich ja die Möglichkeit, meine Pinselspitze zu drehen. Ja, also ich nehme mir eine Quelle auf und bringe sie hier rein. Ja, also du musst nicht zwangsläufig in das Kopiermenü gehen und die Rotation des Kopierstempels verändern. Eine weitere Möglichkeit wäre, ich gehe mal wieder auf den Pinsel, in die Pinseleinstellungen zu gehen und dann hier oben unter dem Pinsel formen. Wenn ich hier den Abstand mal vergrößere, dann kann ich hier die Rotation, also den Winkel verändern und sehe hier eine Vorschau. Das ist aber ein bisschen was anderes. Das ist irgendwie so eine halbe Vorschau, weil ich das nicht direkt auf mein Bild beziehen kann. Okay, also das ist der wertvolle Tipp, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Werkzeuge in der Rotation verändern. Etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles, etwas sehr Tolles, was dir dein Workflow, dein Arbeitsalltag durchaus erleichtern wird. Gerade wenn du retuschierst, wenn du freistellst, wenn du dir Masken baust, wenn du dir Freisteller, Perücken zum Beispiel zusammenbaust, wie ich das zum Beispiel gerne tue, wenn ich jetzt in Grenzsituationen komme, wo ich Haare zum Beispiel nicht mehr freigestellt bekomme. Da baue ich mir nämlich genau solche Perücken auf und dann fange ich auch an, das Ganze immer weiter zu drehen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, wie das sehr, sehr einfach funktioniert. Und vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer der Akademie, die ihr Wissen auch mit solchen Kleinigkeiten stets mit anderen teilen. Das ist großartig, das ist Weltklasse und da wünsche ich mir, dass das weiter so geht beziehungsweise ich weiß, dass es weiter so geht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Auch vielen Dank an dich, dass du dir dieses Video angeguckt hast. Wenn dir das gefallen hat, lass dir mir gerne einen Daumen da. Abonnier den Kanal, schreib mal unten in die Kommentare A. Kanntest du die Tastenkombination schon? Einfach die Pfeiltasten drücken, um deinen Pinsel zu drehen. Auf dem Verschiebenwerkzeug Pfeiltasten kennen wir, da können wir das Objekt hin und her schieben. Aber in den Werkzeugen großartig, einfach großartig. Und natürlich, wenn auch du mehr zur Akademie wissen möchtest, guck unten in der Videobeschreibung, da findest du den Link, wo was erklärt ist, wo du dich für eine Analyse, eine Potenzialanalyse, bewerben kannst, dass wir gucken können, inwiefern wir hier zusammenpassen und auch den Weg gemeinsam gehen, deine Effizienz und deine Qualität massiv zu steigern. Und schreib unten in die Kommentare, was für Kniffe kennst du noch, die wir unbedingt kennen sollten? Auch das gerne unten in die Kommentare schreiben und dann lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch zukünftig keine solcher Videos mehr. Ja? Also, in dem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und dann sage ich bis dann.